100 und was? Ja du bist frei, du bist frei Lass Richtung, lass Richtung raus sind, okay? Ich hab keine Ahnung ob da das ist, aber da ist Zauberwald, da wollen die wenigsten locker hingehen Ah dahinter ist dann wahrscheinlich so Beach oder so Mit mir ist direkt einer Ah ich fighte gerade bei 215 und minus 70 Ich würd sagen ich fighte ihn einfach ein bisschen und dann kleidest du ihn da weg oder? Oder wie ist das? Kommt irgendein anderer Ist das hier mit dem Team Damage? Wie ist das? Ich glaub ihn ist, ich glaub ihn ist Pass auf da kommt dann könnte da noch einer kommen ne Wenn er da Drei für mich hat Wie ist das? das hat bestimmt bestand bei der cross team erlaubt ein bisschen quick hin tk man kriegt damage in der wtaf oh shit den halt aber ich hab keine soups der hat auch nichts der hat auch nichts der hat auch nichts der hat auch nichts der hat ein 20 series hat er getoppt der hat mich gekladegt mit stärke glaub ich der hat mich geklade mit stärke ne ja ich hab ihn gleich gekillt ich hab ihn gleich gekillt glaub ich hab den enchanter er hat auch fettes tier halt der typ das wär ein nicer kill oh mein gott digger oh mein gott digger oh ich hab die hast getoppt ich trottel digger er fuckt's ab ja der typ mit seiner stärke war aber auch ein bisschen hochwertiger werden der auch grad ich weiß nicht was der will sag ich dir ehrlich hab ihn nice oh er nimmt dich er hat stärke genommen echt jetzt ja ich hochkomme entschuldige ich muss kurz jetzt einfach absorten wenn ich hochkomme wir auch rum ne ne pearl ne wirklich ah der hat kein gutes schwert ich glaub der hat einen anentstriert nein nein anentstriert hat er das alten schwert glaube ich ah anentstriert hat er nein 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 er ist hochgeführt er macht irgendwie kein damage also wär ich jetzt schon längst tot bei so nem damage ich hab halt noch irgendeine ration oh gott digger dann schuldig auch meine tp das ist zitter das ist einfach zitter event Models ob dein mat oder nicht ob dein mat oder nicht oder nicht einfach so Alter Ye Eingl's Fun dann hält er seine stärke man heilige mutter maria was stelle ich mit ihm an ich kann beide nicht bloody No way Sag bitte kurz Äh warte ich bin bei 160 Nicest Kid by the way Das könnte so verpackt sein ne Stell dir vor du kannst einfach nach dem Fiest nicht mal ein Full Eye und Glattin So wack Aber Kann ich auch jetzt schweppen Die können es auch echt machen ne Ich bin im Märchenwald grad 100 und was? Silikus mit Lobbychipps Ich seh es ich seh es ich seh es ich seh es ich komm Soll ich ihn Lobbychippen? Du kannst mach Er ist Lobbychippt Also kann ich mich freibauen? Ich hab keine Picke Ich muss mich nicht freibauen Warte ich probier mit Chopster auszuschritten Willen kannst du überleben? Hatte ich dir abgenommen Ja du bist frei du bist frei Nice Dankeschön Wenn du noch Ich hab noch Lava Alles gut ich bin Bei mir ist alles gut Wo ist meine Pickex hingegangen weil ich mich so weit war Das ist immer kumm Hä? Hab ich ihn nochmal obbychippt Nice Aber ist instant wieder frei Instant wieder frei Bist du mal gerne wieder Meine Pickex Nochmal obbychippt Er hat Goldpick oder so digga Digga hab ich ihn grad dreimal hinteren an obbychippt Er ist nochmal obbychippt Hab ihn hab ihn hab ihn hab ihn Digga hab ihn fünfmal obbychippt oder so Jaja Frank Dann eine Sekunde draußen Trotzdem gejokt aber auch Das macht keinen Schuss 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 Nein Ich will die Lava rein Schuss Bei der jetzt sogar noch 8 stuff Ja die haben gerade mit dem Feast stuff richtig Ja die haben gerade den wemsehnt da denn Der is ja gleich mal scheiße Nach nem ausgern dass hier ein alter OG Mate ist von ihnen weißt du Ja ok aber auch Potato Williams nochmal Ja die haben ein Coco Wins gehabt Ich hab noch ne Farm ne Echt? Na ja Lass ich machen was machen Ja ich hab schon eine gemacht vom Feast Leit Co Co-bean bau dich mal hoch, bau dich mal hoch und dropp mir mal bitte dann den helm ich hab mir das Gefühl der Typ hat mehr stuff als ich ich hab gleich keine Lava, ich kann hier nicht killdrucken keine Lava rein, stopp also boah, die sind so unsafe gerade ne, da hat mir ganz gut ne, auf jeden Fall gerade versorgt, wenn ich grad halte ich mich hier mit steinstein losbaut so, wie es sich ausgekreisert aber vielleicht hat er so kinder dribbt so einfach die Musik geradeaus ist, aber jetzt hab ich Lava, muss mich verraten ich glaub er hat gelaggt, weil er eh gesteuern dann würde er ich weiß nicht, hab's nicht mehr probiert ich bin aber 3-4-Dier, ich denk mal nicht, oder? ja, es ist auch so, ich versteh was Nico meint guck mal, ich hab keinen Bock auf Stress ich weiß, was er meint, ich fühl's aber ich glaube, dass also, hätt ich halt gewusst, dass er es gewesen wäre ich mir jetzt nicht so auf 2-8 das Game versaut aber es war halt ein Mate von Sotek und Sotek ist ein ne, ein Spieler, einer gewissen in Art und Weise, die man jetzt nicht so primen kann ist einfach ist da auch ne Goldpegel glaub ich ich dropp meinen Enchanter ne ja ja alles ok? ja ja, stopp jetzt ich weiß nicht, dass du das hast ihn gegladdigt? ja ja ja, das ist, äh, das fühl ich auch wenn die nicht reinfliegen, macht richtig Spaß was? alter Falle für nicht so viel Stuff glaub ich, weil er ja er hat kaum Info, er hat kaum, er hat mich auch, er hat mich auch getrieben ich kann, wie will keine Ahnung hat er doch keinen, ich weiß, dass seine Arme an nichts ist, ist so weg das regt mich auf, Digga, er hat, er hat volles Impf-Soup oder so aber er hat nie gebrauchtet hab noch nichts ich würd jetzt selbst gerne einen falten wenn du es so glück ist wenn du willst, lass, lass es einfach so machen, dass du jetzt gleich rausfallst und mich gleich ich hab die Fall geworfen ja, kannst dich trotzdem hochrollen? also dann wärs halt ein save schon, aber wenn du willst, dann try ich bin da unten, warte drauf wenn man meint, kann ich nicht wenn du dann Löcke reinjobst, dann schauen wenn du dann Löcke reinjobst, dann schauen jetzt kommt schon wieder damage, Digga es ist Border-Schwing und da kein Pit ist jetzt schon wieder damage, Digga ist jetzt schon wieder damage, Digga ich hab zwei ich würd an deiner Stelle Arvin äh, ich würd mir drauflegen ich muss da mit dem kleinen Kass hinterherlaufen muss ich ja nicht mal nehmen ach 8 Dias hat er gebrückt Leute oh, er hatte echt nichts, oder? aber er hatte was und wie er was hatte Kokowins auch noch 5 EPs, komm her ich hol mir den, von dem koste der laggt die scheiße ist n Digga, der hackt oder so er laggt er laggt oder er laggt keine Ahnung kann man auf Tab gucken, ob er laggt hab ihn was was er hat ne Goldpecke sagst du Digga, ich könnte sogar reinspringen ne also, wenn du verlierst also, der kleine Gassen Bro, guck mein Stream ich weiß nicht wie ich sterben soll also, ich nicht wie ich jetzt sterben soll aber wie ich jetzt irgendwie ja, der kleine Gassen ist einfach auf dem Berg ja, ich hol mir den anderen ok oh oh man, der wäre jetzt realisiert, dass ich ne HG bin oder falls irgendwie lange dauern werde ich hab meinen OV droppt mit droppt 2 ich hab ihn aus hab ihn was auf einmal so Outdoor ja, der ist jetzt nicht Outdoor, oder? könnte sein, weil wenn wir eine Kokowix haben, das bekommen hat aber vorher schon ja der hat auch ne Dingens guck einfach auf dem Stream, Digga hehehe hat sogar beides Gold, oder wie, he oh, er weiß nicht, dass er mir jetzt seine Arno zeigt oh man, ich war klar war oh man, ich war klar war ich muss hier rein shoppen ich muss hier rein aber mach erst gefallen, Probe ja call it ich muss jetzt, dass er da gerade sieht ja, jetzt, hinter den, hinter den er hat wirklich besorgt auf den im en leite lassen nur Ja 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 ja, ich... Was ist das? Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.